Es ist einfach eine wilde Area hier. Mann, 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 Mann. In Australien unterwegs und vom letzten Video aus oder vom Spot des letzten Videos aus einfach mal hier rüber in Richtung Aussichtspunkt unterwegs und ja, es ist hier einiges unterwegs. Also es sind hier einige Tiere. Dammhirsche waren hier. Samba sind hier. Schweinshirsch. Rusa. Hammer. Und da blökt schon wieder was rum. Was geht denn ab? Ich habe gerade hier zwei Tiere, zwei Hirsche geschossen und jetzt ist hier die gesamte Area, das ist ja ein ganz krasses Tal und wie gesagt, hier waren gerade drei, vier verschiedene Tierarten. Jetzt sind natürlich alle weg. Und ich liebäugel ja wirklich damit, doch nochmal hart mit dem Bogen reinzugehen. Einfach mal leiser vielleicht unterwegs zu sein. Das ist ja schon ein bisschen nervig, ne? Hier war so viel Action. Ich dachte gerade, na nun. Und dann kam von hinten kam auch noch irgendwie so ein Rusa an oder was das war. Einfach nochmal schön draufgeholzt. Ja. Und wenn ich mir überlege, das wäre jetzt schön mit dem Bogen passiert. Und ich muss ja sagen, ich bin ja immer noch komplett schwer begeistert vom letzten Video hier mit den Gämsen. Ich verlinke das nochmal eben. Das war ja der Oberburner. Wo war der mal Rotfuchs? Guck mal, Klos. Vierer. Aber hier war doch noch weiter rechts einer. Oder war das der? Ja. 150 Meter. Ich habe heute andere Waffen dabei. Oh, oh, oh. Ich habe heute andere Waffen dabei. Rusa, vier. Ich habe heute andere Waffen dabei. Und zwar dieses komplette Military Pack. Jetzt nochmal eben schnell gucken. Rusa, Klasse fünf. Ab vier könnte es die ja sein. Aber der sah so ein bisschen mickrig aus, oder? Und der Fuchs müsste höher sein vom Level. 200 Meter. Vielleicht kommen die jetzt so langsam wieder zurück. Also, heute komplett mit dem, äh, mit dem Military Weapon Pack allen von Stufe 1 bis, wir können ja mal eben durchgehen. Ähm, die Sarsa. Genau, hier ist sie. Von 1. Dann haben wir hier die Sarsa 223. 2 bis 4. Dann die Sarsa 308er hier. 4 bis 8er Munition. Und dann 7 bis 9er natürlich hier die Asina auch mitgenommen. Klar. Alle mitgenommen. Und jetzt können wir hier einfach komplett durcheskalieren. Alles, was hier kreucht und fleucht. Guck mal hier, der Rusa. Mach doch mal, mach doch mal einen auf locker hier. Renn doch mal nicht so. Ich würde dich doch tatsächlich, jetzt rennt er da hinten den Berg runter, ne? Rusa, Stufe 5. Jetzt ist er gleich wirklich weg. Naja, man sieht nur noch das Geweih oben, den Kopf. Der restliche Körper ist schon hinterm Berg. Das lohnt, glaube ich, jetzt nicht mehr. Und angelockt bekomme ich den, glaube ich, auch nicht mehr. Ja, aber wie gesagt, hier war gerade richtig viel los. Und ich muss hier auf jeden Fall nochmal hin. Ähm, vielleicht auch nochmal mit einem Tripod, damit man hier nicht so viel Jagddruck erzeugt. Oder, wie gerade gesagt, mit einem Bogen. Ja, warum auch nicht? Da sind wir gerade nochmal so durch den Kopf gegangen, wo ich dann dachte, ja Mensch, da hast du jetzt hier wieder die ganzen Waffen dabei. Einfach, einfach mit einem Bogen. Samba auch da, Stufe 3. Einfach mit einem Bogen. Und mit dem Bogen dann einfach die Pfeile wechseln und gut ist. Ist ja dann ähnlich wie mit der Flinte. Ein Gewehr für alle Klassen, oder ja doch, für alle Klassen sozusagen. Wäre doch nicht verkehrt. Nachteil. Man muss halt immer gucken. Samba, Samba, da war doch noch einer. Man muss halt immer gucken, dass man nah genug rankommt, ne? So Long-Range-Dinger. Die sind... Dammhirsch. Ja. Guck, noch ein Vierer. Ruhig fressen. Weißt du was? Die nehmen wir mit. Viele Bäume hier. Aber noch ein Vierer Dammhirsch. Das Geweih sieht auch ganz gut aus. Den nehmen wir doch einfach mal mit. Der Mief steht auch ganz gut. Und wir sind ungefähr auf 150 Meter, waren wir gerade hier, ne? Kriegen wir den überhaupt? Oder ist er auch wieder hinterm Berg? Gehen wir mal auf ihn hier. Hoppala. Und zoomen nochmal ein bisschen ran. Also wir haben auf jeden Fall erstmal schon mal einen Baum. Wir sehen quasi gerade nur noch den Dammhirsch-Arsch. Also mehr ist da gerade nicht. Das bedeutet anderer Winkel. Und wenn wir den anderen Winkel haben, haben wir dann quasi den falschen Winkel, um auf ihn zu schießen. Also nicht so ideal. Ich könnte ihn natürlich locken. Weißt du was? Wir versuchen das mal mit dem Locken. Ich habe den Caller schon lange nicht verwendet. Also platzieren wir den Caller mal. Gehen hier auf Dammhirsch. Öp. Und aktivieren. Und er callt direkt zurück und denkt sich, oh nice, Algen. Na, ist er vielleicht doch nicht gewesen. Hier können wir eine Runde schnachseln. Aber doch, ich glaube, er kommt. Nachteil. Der Wind dreht gerade wieder ein bisschen. Ich hoffe nicht, dass er zu weit hier in Richtung Südwesten hoch geht, der Dammhirsch. Da ist er jetzt. Das ist schon mal an für sich ganz gut. Und wenn er jetzt näher kommt, auf 100 Meter. Ja, die Richtung ist gut. Auch wieder so kleine Bugs, ne? Also ohne Witz, ne? Gerade auch wieder so ein Rusa oder was. Hat überhaupt gar keine Laufanimationen gehabt. Ist einfach nur so mit vier gradisch nach unten stehenden Beinen immer so. Also was ist denn da? Was ist denn da los? Was ist denn hier los in dem Game? Keinen Bock mehr irgendwie was Vernünftiges abzuliefern oder was? Kannst du nicht ausdenken. So. Genug gecallt. 120 Meter. Einen Vierer. Also gehen wir auf die... Gleich sind wir auf 100. Gehen wir hier auf 75 schon. Na? So, jetzt bleib mal stehen, Algen. Und dann haben wir das auch gleich erledigt. Feinig. Okay. Das passt doch. Da hinten natürlich wieder irgendwas verscheucht. Und da muss ich aber auch sagen, hier der Ballermann, ne? Es ist aber auch ein geiler Sound, ne? Es ist aber auch ein Top-Sound. Also da muss ich sagen, da kommt ja die neue irgendwie nicht so ganz mit, ey. Bahnhof rosa. Wusa. So, come on. Eben einsammeln hier. Den Dammhirsch. Vielleicht ein goldener. Ob der Sound ein bisschen gedämpft ist? Das macht so... Das macht so krack-bamm. Und dann macht's aber... Was ist denn Ditte? Liegt das Ding? Steht das Ding? Alter, das kannst du doch nicht ausdenken. Guck dir das mal an. Das Geweih hängt neben dem Kopf. Das Geweih hängt neben dem Kopf. Was ist... Was ist mit dem Game? Was ist denn das? Was ist denn das für eine verbackte Freakshow? Was ist das denn? Also das ist ja so Schmutz. Haben die kein Budget mehr oder was? Vielleicht nochmal kurz überarbeiten? Das kannst du ja nicht ausdenken. Kannst du dir nicht ausdenken. So. Rabams. Mitgenommen. Abgefahren. So, weiter geht's. Ich will eigentlich hier in Richtung... Die Straße der Verwüstung hier schon. Eigentlich hier Richtung Wegpunkt. Genau. Zum Aussichtsturm. Aber hier ist auch einfach wieder zu viel, ne? Und ich mag's eben auch. Hier mal schön wieder auf die Rehe. Äh, beziehungsweise auf die Hirsche. Schweinshirsch hatte ich gerade schon irgendwo hier unten. Ähm, der ist, glaube ich, nur Klasse 3 gewesen. Also die ganz kleinen Hirschchen. Nehmen wir auch alle mit. Vor allem jetzt in die Richtung laufen wegen dem Mief. Der Wind kommt aus der Richtung. Das heißt, ich kann dann im Idealfall eben auch in die Richtung weiterlaufen. Und was Neues entdecken. Ohne direkt aufgedeckt zu werden oder irgendwas zu verscheuchen. So. Jetzt machen wir erstmal wieder ein bisschen Strecke. Ich laufe mal so um zwei, drei Ecken. Ein bisschen weiter. Und dann sehen wir mal, was da noch so kommt. Wow, 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 wow. Die Wachteln switchern mich gerade an. Und ein Ruser steht da rum. Den nehmen wir doch mit. Vierer Ruser. Was war das jetzt? Ist da noch was hinter? Siehst du, die Wachtel ist da. 150 Meter. Doch, da liegt noch was. Da liegt noch was. Aber wir nehmen erstmal hier den Ruser raus. 150 Meter. Zack, 50. Und liegt auch schon direkt. Perfekt. Krass, 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 krass. Ja, eine mega coole Area hier, ey. Alleine diese ganzen Wiesen und zwischendurch die Büsche und sowas alles. Und hier sind wieder die Wachteln. Hör mal auf, ey. Die wollen mich doch trollen, die Wachteln. Vielleicht flattern sie wieder vor mir weg und sagen, ne, ne, ne. Das wird nix. Langsam hingehen, wenn sie wegfliegen. Ich hab jetzt auf 100 Meter genullt. Fünf Schuss sind drin. Vielleicht fliegen sie ja direkt geradeaus vor mir weg. Die Wachteln. So, einfach hinlaufen. Gucken, wann sie losfliegen. Ich seh auch gar nicht, wo sie sind, ne. Irgendwo hier im hohen Gras sitzt die Wachtel und lacht mich aus. Nächstes Dingern. Was ist da unten wieder für den Unfall passiert? Da fährt schon wieder so ein Reh rum. Ein Samba. Dreier Samba. Vierer Samba. Vierer Samba. Was ist da unten? Nischt. Weibchen, Weibchen. Siehst du da schon wieder? Das Geweih hängt da so runter. Es ist so maximal dumm, Alter. Es ist so maximal dumm. Stell dir mal vor, du lieferst sowas ab. Du musst sowas abliefern auf deiner Arbeit, Alter. Und dann sagt der Chef, jo, find ich fair. Kann man doch machen, Alter. Guck mal da, was ist da schon wieder? Der jetzt hängt ja auf einmal so schräg. Alter Feier, ey. Ja, macht einen guten Eindruck, ey. Das zeugt auch von Wertschätzung. Kann man nicht anders sagen. Danke, dass Sie unser Produkt gekauft haben. So, ich geh mal hier auf den Stein irgendwie. Was haben wir denn da? Knappe 200. Ich seh's halt überhaupt nicht, ne? Ich würd ja schon gern den Vierer nehmen, weißt du was? Ich geh mal langsam näher ran. So, da hinten sind sie. Da ist das Ding mit dem verbackten Geweih. Da ist ein Einser. Und dahinter auch ein verbacktes Geweih. Es hängt einfach unten drunter. Oh Mann, 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 Mann. Ich geh mal auf 150 Meter. Noch ein bisschen hier links rüber. Und dann sollte das auch eigentlich ganz gut gehen. So, 150 Meter. Beide stehen. Ich versuche auch beide zu kriegen. Na, vielleicht nochmal nachladen. Vielleicht müssen wir doch nochmal einen draufsetzen. Jetzt stehen sie natürlich gerade schön nebeneinander. Äh, hintereinander. Danke, danke. Der Erste geht ein bisschen vor. Das ist doch nett. Tipptopp. Okay, dann mal rauf da. Der war ein bisschen zu weit hinten. Den müssen wir nochmal einen A-Schuss verpassen. Es ist der. Der hier. Na, kriege ich ihn noch? Der war schlecht getroffen. Und zwar in den Darm wahrscheinlich. So kriege ich ihn nicht mehr. So kriege ich ihn nicht mehr. Es verreißt einfach noch zu heftig, ne? Da fehlen mir noch zwei Punkte in dem Skill. Aber das kommt ja mit der Zeit. Wenn das dann nicht mehr so heftig hochreißt. Dann flippt das auch noch ein bisschen schneller. Aber der Erste hätte doch passen müssen, oder? Gleich nochmal gucken. Ja, das sieht doch gut aus hier. Mit dem Ersten. Den verfolgen wir doch mal. Aber der Zweite, ne? Sieht dafür umso schlechter aus. Und wir kommen hier tatsächlich nochmal in so eine Krokodils-Area. Uh, die Salzwasser-Krokos. Die Salzwasser-Krokos. Jo, ich komme. Nicht schlecht, nicht schlecht, nicht schlecht. Wir haben den großen Ballermann ja auch dabei. Also für alle Klassen gerüstet. Da liegt er auch schon. Verlockend. Vielleicht kommt so ein Riesensalzwasser-Krokos. Leckt mich weg. Ahm. Oder vielleicht erst den Hund. Das wäre fair, ey. Feini. So. Silberwertung. Siehste, das ging noch ganz gut. Aber der Zweite, ne? Ha, ha, ha. Komplett verschossen. Komplett verschossen, der Zweite. Das ging... Wait, da war was. Da. Ja. Die Krokos, Alter. Liegen einfach so auf der Wiese hier rum. Imagine, Alter. Du willst hier ein bisschen pölen, ein bisschen Fußball spielen. Auf einmal kommt hier so ein legendäres Salzwasser-Krokodil aus dem Wasser. Leckt mich doch fett, Alter. 100 Meter. 114 Meter vor meiner Nase. Legendär. Alter. Eine Legende. Und. Platz. Alter, da kriege ich ja direkt Puls. Legendär. Aber wie mache ich das mit den Bäumen hier, ey? Verdammten Bäumen. Und der liegt gerade ein bisschen mit dem Arsch zu mir. Na, na, na. Tschülmer. Tschülmer, tschülmer. Ruhig. So. Was soll den noch aufschrecken, wa? Imagine, du bist ein legendäres Krokodil. Wer soll dir was anhaben? So, 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 so. So ist schon mal gut. Ja. So ist gut. Auf wegen der Bäume. 100 Meter Entfernung. Ich gehe noch mal ein bisschen näher ran. Denn wir wollen ja gleich schön auf 75 Meter, bisschen drüber aim, zweimal am besten reindrücken. Und er räkelt sich erst mal aus. So cute. Sehr schön. Erst mal alle Viere von sich gestreckt. Mh. Ah. Mh. Sonne liegen und ein bisschen braten. Ja, so. Jetzt geht es wieder. Ja, perfekt. Dann können wir ja auch schön irgendwie. Oh fuck, hier ist direkt ein Baum vor der Nase. Das Risiko gehe ich nicht ein. Die verdammten Bäume, ne? Die machen das Game so fix und alter. Nochmal Bäume. Okay, ich gehe noch mal mehr daneben. Nochmal einen besseren Winkel. So, wir gehen auf Nummer sicher. Kein Stress hier. So. Legendär Alten. So, jetzt mach mich nicht fertig. 75 Meter, alles genullt. Wir haben fünf Schuss. Wir schießen jetzt hier schön. Ich glaube, der erste war schon. Der erste war, glaube ich, schon direkt Herz. Der hat gar nicht mehr gezuckt. Oida. Ich muss da mal eben hin. Wie komme ich denn da hin? Hund, komm. Lecko, Fanny Alten. Da rennt noch einer ins Wasser. Da hinten kommt noch irgendwie so ein Fauchgehäl. Kann ich jetzt hier einfach durchrennen? Nehmen wir den Ballermann in die Hand. Mal gucken, ob ich gleich weggesnackt werde. Der Hund macht noch nichts. Immer schön an den Bäumen vielleicht. Kann man ausweichen. Links, rechts, rechts, links. Alter, wo ist er? Vielleicht kommt er einfach legendär aus dem Wasser geschossen. Und sagt, ja, moin. Da liegt er allen. Ja. Hams. Goldwertung. Eintausend und Fünfzehn. Wäre dir. Hammer. Hammer, 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 hart, ey. Eintausend und Fünfzehn. Krasser Brocken. Und siehst du, der erste Schuss. Er ging einfach perfekt. Lunge, Herz, Paris, Athen. Auf Wiedersehen. Perfekt. Perfekt. Joa, cooles Ding. Und der zweite hat schon nicht mehr gezählt, weil war er schon tot. Der zweite Schuss. Ist das der Hammer. Schön. Mitgenommen. Cooles Teil. Erstes legendäres Kroko hier auf dem Account. Auf dem Jäger. Fette Goldwertung. Auch gut. Spaltfuß-Gansalden. Die hab ich ja noch nie geballert. Da müssen wir aber auch irgendwann mal dran. Ohne Scheiß, ne. Ich werd noch ein bisschen länger noch hier auf der Map. Alter, ne Dreier. Ist das wie bei den anderen Gänsen? Ab vier. Ab vier. Haben wir da schon mal ne goldene. Die goldene Gansalden. Spaltfuß-Gans. Krass, krass, krass. Ja, heftig. Heftig, heftig. Ja, wie gesagt, ich werd auf jeden Fall noch ein bisschen mehr. Was ist das hier? Ist das eine Base? Noch ein bisschen mehr in der Region hier rumrennen, weil. Samba. Weil die Map bietet einfach so viel, ne. Ihr habt ja auch schon ein paar Kommentare geschrieben, so von wegen. Oh, geile Map. Kann man einfach viel machen. Ja. Ja. Halt nur ein bisschen schade, dass es so, so schlampig abgeliefert wurde, oder? Was machen die denn? Ist doch wirklich nicht so nice. Aber offenbar wird jeder Scheiß gekauft und dann denken sie sich, oh klar, kann man ja machen. Interessiert ja keinen. Ist halt der Trend in der Gaming-Industrie. Mehr auf Masse statt auf Quality. Und dann stehst du da auf einmal. Und dann stehst du da auf einmal. Nicht mehr, da guck mal, sich nicht mehr bewegende Tiere. Das ist ein 3er-Gewehr. Das ist ein 3er-Gewehr. 50. Also, auf der Taste 3 das Gewehr. Da müsste das passen. Erstmal dran gewöhnen, ey. Bei dem Waffen wechseln immer. Aber ohne Scheiß. Bogen triggert mich hart, ey. Boah, soll ich Bogen? Soll ich hart auf Bogen gehen? Sag mal, Alden. Soll ich auf Bogen gehen? Wäre schon irgendwie witzig. Hauptsächlich so mit dem Bogen. Nur ab und zu mal. Manche Sachen sind halt einfach ein bisschen zu wack. Aber Gewehr ist halt auch ein bisschen too easy, ne? Ich weiß noch, so zuletzt, wo ich dann viel dann irgendwie mit dem Level 60er mit dem Ersten rumgerannt bin. Dann irgendwann ballerst du halt alles weg. Und dann fehlt auch so die Challenge. Dann geht man irgendwann automatisch auf Bogen. Könnte ich auch direkt drauf gehen und vollskillen vielleicht. Na, guck. Rabams. Weiter geht es. Aber noch keine weitere Base hier in der Nähe. Wahrscheinlich ist hier eine Base. Hey. Das ist ja ein Ding. Ein Razorback. Noch gar nicht gesehen. Erstes Razorback hier. Na, das ist doch cool. Das ist doch richtig nice. Was war da? Nochmal Rusa. Nochmal Rusa. Nochmal. Nochmal. Nervöse Rusa Gang. Samba dahinter. Auch nochmal. Ich sag jetzt ja. Die Area hier ist schon wild. Das ist wirklich. Lol. Vierer Rusa hier auf 75 Meter. Ihr wollt mich doch verkohlen. Stufe 5. Was geht denn ab? Der sieht ganz cool aus, ey. Wow, wow, wow. Eine ganze Gang. Look at the Gang. Allen. Ich müsste normalerweise, ey. Ich müsste hier so übelst rein eskalieren. Aber finde ich auch irgendwie fies, ey. Ja, die Schweine. Guck mal, dass es noch so gepunktet ist und so. Razorback. 100, fast 200 Meter. Stufe 5 auch. Ich liebe ja diesen Ballermann, ne? 150. Bisschen drüber. Ob ich ihn so seitlich kriege? Oh, ich glaube, ich schieße dann zu sehr in den Schinken rein hinten. Komm, dreh dich mal so ein bisschen. Mr. Razor. Mr. Razor, Alter. Jetzt wollen wir wieder weiter snacken. Ja, Nachteil, wenn ich jetzt näher rangehe, komme ich immer mehr, also komme ich tiefer. Das heißt, wenn ich jetzt hier von oben schieße, ist zwar eine weitere Entfernung, aber der Winkel ist besser, ne? 190 Meter auf dem Schwein. 190 auf dem Schwein. Jetzt dreht es sich gerade noch weiter. Ja, läuft noch schlechter eigentlich. Aber von hier knappe 200 Meter müsste doch gehen, ne? Boah, auf 300. Auf 150. Das ist noch eine ganze Gang, noch ein Dreier. Das eine Schwein liegt, das ist gut. Ist das ein schwarzes Schwein? Ist das normal? Direkt mal wieder nachgucken, ne? Razorback. Da sind sie. Albinistisch und rosa. Rosa habe ich schon in der Base. Albinistisch habe ich noch nicht. Schwarz ist ganz normal, okay. Also, weiter geht's. Jetzt muss der Hund hier erstmal alles wieder finden. Denn ich bin natürlich wieder komplett planlos, als ob ich mir das merke. Verfolgen. Alter, Vater. Ja, cooles Ding, ja. Cooles Ding. Was wäre jetzt gewesen mit dem Bogen? Nah rangehen. Ordentlich gezielt einen drauf absämmeln. Alter. Kreisel. Wie war dat? Danke dir fürs Follow. Einfach mal schön ins Video reingesneakt, Alter. Ausgezeichnet, ne? Ja, Hund, äh, wo bist du? Irgendwo hier oben, ja. Oder? Ne, da. Ja, äh, Lasion. Spur verfolgen. Verfolgsspur. Ja, go. Yo. Feini. Siehste. Na, guck. Der kann doch nicht weit gekommen sein. Tip top. Direkt in der Richtung, wo das Razorback dann auch noch liegt. Das ist doch sehr angenehm. Ja, coole Area. Sehr, sehr, sehr cool. Ich glaube, das wäre mal wieder was für ein Stream. Hier kannst du nämlich einfach non-stop, einfach non-stop durcheskalieren. Beim Spazierengehen sozusagen. Goldwertung. Auch ganz coole Fellfärbung. Alter, guck dir mal die Fellfärbung an. Zweifarbig. Ist das normal? Ist das selten? Rusa in zweifarbig. Gescheckt. Das ist normal und gewöhnlich. Das sieht aber richtig cool aus. Gescheckt und leuzistisch und albinistisch. Goldwertung. Zehn Punkte unter dir. Aber richtig, richtig cool. Mitgenommen. So, weiter geht es. Da hinten waren die Razorback. Und hier sind nochmal ein paar nervöse Rusa. Und hier ist ein Schweinshirsch. Guck mal, Schweini. War auch nur der Kopf zu sehen. Schweinshirsch. Loll, Algen. 120 Meter. Ja, was machen wir mit dir? So, ja, komm. 50, 25, fertig. Ja, weißt du was, ey? Das ist auf jeden Fall was für ein Stream hier. Und auf jeden Fall nochmal mit dem Bogen. Ich glaube, ich gehe mal mit dem Bogen rein. Wenn ich mir das hier so angucke, was ich hier alles verscheuche. Durch einmal draufzwiebeln. Bam. Es macht einmal bam. 20 Tiere weg. Schweini. Vierer Schwein. Na siehst du, da ist er doch gar nicht weit gekommen. Da springen, da springen schon wieder die Rusa ab oder was sind das. Ja. Und da ist noch wieder was. Vierer auf 100 Meter. schwarze Flecken. Auch sehr cool, ey. Mitgenommen. Aber jetzt haben wir hier unten noch einen. Den müssen wir auch noch mitnehmen. Alter, was hier los ist. Was hier los ist. Aber ist ja auch, ist ja auch gut, da. Ist ja auch gut, denn ich brauche ja die Skillpunkte. Und die muss ich nochmal eben verteilen. Wir hatten hier einen Fertigkeitspunkt, ne. Fertig, 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 Fertigkeitspunkt. Mach dich weniger sichtbar. Oder weiter verfolgen. Wie auch immer. Oder Lauerjäger. Ne, gehen wir hier erstmal rein. Weniger sichtbar, so. Damit wir hier in die nächsten Dinger noch kommen. So, Razorback. Siehste. Hier haben wir doch schon die Area. Und da liegt er auch schon. Da ist der Anschuss. Die Rusa rennen hier auch immer noch ganz chillig rum. Feini, hast du gefunden. Tipptopp. Hör mal, wenn ich dich nicht hätte, ne. So. Rabams. Silberwertung. Braun Hybrid. Ja. Schön in die Flanke. Aber so gerade. Nee. Komplett in die Lunge. 84. 144 ist die ja. Ui. Da ist aber noch ein weiter Weg nach oben. Alter. Ist der hell? Hat der eine andere Fellfarbe oder was? Nee, nee. Vielleicht doch. Vielleicht doch. Dreh dich, dreh dich, dreh dich, dreh dich, dreh dich, dreh dich, dreh dich. Renn nicht weiter weg, dreh dich. Ah, legt sich hin. Gibt's rosa Lockruf? Gibt's rosa Lockruf? Nervös. Gibt es. Okay, einpacken. Ab da vorne hin. Hund, bleib hier. Platz. Ich geh da vorne in den Busch. Alter. Gerade im Wegrennen noch gesehen. Ette hier. Rosa. Das sah doch anders aus. Das sah so hell aus. War das nur Sonnenreflexion oder ist es wirklich eine andere Färbung? Direkt nochmal eben gucken. Was gibt's bei rosa? Rosa. Gescheckt. Oh, warte. Zweifarbig. Gewöhnlich könnte auch sein. Und weiß-braun gibt es auch. Okay. Ist wahrscheinlich sowas. Ist wahrscheinlich sowas, oder? Habe mal die Profis unter euch so vor. Ja, lol. XD, Alten. Was er denkt. Was er direkt wieder denkt, dass er hier diese One and the Only bekommt. Oder wie? Oder was? Ja, sicher. Ja, sicher. Ja, sicher. Äh, 100 Meter ungefähr ist er weg. Na, vielleicht ein bisschen weiter. 120. Aber ich geh mal da vorne. Wie gesagt, ich muss mal in so ein Gebüsch. Ein wunderschönes Gebüsch brauch ich. Und dann wird gecallt und dann kommt er auch hoffentlich an. Und, äh, ja. Das wär nicht so schlecht. Einfach nur, um zu gucken. So, gehen wir da rein und so rüber oder weniger an den Bäumen vielleicht. Weniger an den Bäumen. Nehmen wir mal, reicht schon so ein Busch hier, so ein kleiner. Jetzt sind da die Spuren drin. Ja, reicht schon. Ja, reicht schon. Wenn ich nicht, dass er zu weit nach links rüber geht, dann ist er im Mief. Muss auf jeden Fall mir den Geruchsneutralisierer nachkaufen. Aufgebraucht, das Ding. So, wenn er hier rüber kommt, sind wir ungefähr auf 80 Meter Entfernung. Das heißt, ich kann, ich kann gleich auf 75 Nullen, Klasse 5. Auf der 3 ist gut, 4 bis 8. Also, perfekt, 75 Meter genullt und dann gebe ihm. Na, lässt er sich überhaupt locken? War das ein Rosa? Ich glaube, es war eine Rosa. Er zwitschert auch so ein komischer Ding. Okay, es hat einfach nichts geholfen. Ich rutsche jetzt hier langsam ran. Es hat einfach nicht reagiert. Und die Frage ist, ist das, ich habe schon gedacht, war das überhaupt ein Rosa oder nicht? War das gar kein Rosa? Ist es jetzt schon abgehauen? In dem Moment, wo ich mich da so platziert habe? Kann doch nicht sein, oder? Guck mal, da soll es sein. Da soll er sein. 50 Meter, mach mal keinen Mist, Alter. Da, 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 da. Wachsam. Alter, direkt vor mir. Nein! Mach keinen Scheiß, Alter. Mach keinen Scheiß, wo ist er hin? Da hinten rennt er weg. Da hinten rennt er weg. Null und kippt um. Ah! Alter, da ist er doch. Ja, Feini. So, und? Was ist es denn jetzt? Fah. Einen Albino? Ich habe einfach einen Albino-Rusa noch gekriegt. Aber verschossen. Nee, doch nicht. Doch. Kein lebenswichtiges Organ. 109er. Naja, wer Silber gewesen ist, Bronze. Albino-Rusa. Leider verschossen. Das war auch... Der hat sich einfach nicht... Der hat sich einfach nicht locken lassen. Ist das broken? Kennt ihr das? Ist das bekannt? Alter. Im Wegspringen. Nochmal einen Arschschuss, Alten. Hammer. Aber mitnehmen. Ausstopfen. Na klar. Ein Albino mehr für die Albino- und Dialodge. Siehste. Kann man noch machen. Dann hat sich das lange Gewarten und lange Hinrobben doch gelohnt. War doch ein Albino. Krass. Nice. Ja, einfach eine krasse, krasse Area. Macht richtig Bock hier. Kann man machen. Werde ich auf jeden Fall noch ein bisschen länger machen. Weil hier geht ja einiges. Das ist ja einfach zu heftig. Guck mal hier, einen ollen Bauwagen, Alter. Hier so einen schönen Wohnwagen. Mit Campingstühlen davor. Perfekt. Stromanstoß. Alles dabei. Bssst, bssst. So. Joa. Oh, das ist aber dunkel hier, ey. Das ist aber dunkel. Aber reicht mir. Reicht doch komplett, Alter. Das reicht doch komplett. Perfekt. Joa. So viel dazu. Hier machen wir auf jeden Fall noch ein bisschen weiter. Denn hier geht noch einiges. Wenn es dir gefallen hat, Daumen da lassen. Kanal abonnieren. Nicht vergessen. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Oder mal im Livestream. Auf Twitch. Bis dahin. 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 Bis dahin.